Hallo und herzlich willkommen! Hier ist euer GTA 5LP. So, ich bin gerade unterwegs. Ja, ich wollte mich einfach mal zeigen. So, ja, ich fahr mit Fahrrad. Ja, jetzt schon. Ich fahr mit Fahrrad. Und, ja, da kommen Leute. So, nun, da wollte ich einfach mich mal zeigen. Und, ja, also, ich bin wirklich gespannt auf das Investor-Video zu machen. Also, ich krieg keine Warten, ey. So. So, da, was ihr seht, sind Bäume. Und, ja. Dann, sag ich mal, beende ich auch mal die Aufnahme. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr Daumen nach oben reinpacken. Ihr könnt mich gerne anfangen, was mit meinem nächsten Video auf keinen Fall verpassen. Aber dann sag ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis in der nächsten Folge wieder. Haut rein und tschüss.